Ich bin Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich hab nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Ich bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit das die Kraft des Guten bringt. Ladybug! Ich bin Ladybug! Marinette, der Zug fährt in einer Stunde. Ist dein Koffer gepackt? Oh Papa, ich fühl mich nicht gut, aber ist schon okay, fahr ruhig ohne mich. Ich bin sicher, es ist nichts Ernstes. Und wenn es harter Fahrt kommt, finden wir auch einen Arzt in London. Ich kann mich nicht bewegen, mein Kopf tut so weh. War es vor zehn Minuten nicht noch dein Bauch, der so weh tut? Oh, ähm, der Schmerz bewegt sich anscheinend. Oh, schlimmer geht's nicht. Komm schon, wir wissen, was los ist. Was los ist? Ich weiß nicht, was du meinst. Der wahre Grund, warum du nicht mit zur Tante Schuhe hin willst, ist, weil sie unmöglich ist. Aber es geht nicht anders. Einmal im Jahr müssen wir hin. Und es wird lustig in London. Ich bin sicher, wir schaffen es, sie ab und zu loszuwerden. Das hab ich gehört, Tom. Komm schon, mach dich fertig. Wir sind eine Familie und stellen uns gemeinsam Katastrophen. Das hab ich auch gehört, Tom. Lass mich das nicht alleine durchstehen. Oh, ich hab die Entschuldigungen eines ganzen Monats aufgebraucht und es hat trotzdem nicht gereicht. Was soll ich tun? Ladybug kann Paris nicht im Stich lassen. Deine Eltern kannst du aber auch nicht im Stich lassen, Marinette. Oh. Ich muss mir eine bessere Ausrede einfallen lassen. Ihr bleibt hier und seid brav. Ich komm wieder. Ich hab mir meinen Stich verstaucht. So kann ich auf keinen Fall irgendwo hinlaufen. Ich trage dich, Schätzchen. Keine Sorge. Selbst die größten Superhelden können es nicht mit Eltern aufnehmen, die Urlaub machen wollen.